Hallo Leute und willkommen zu meinem Video über die neu verfügbaren Versionen von Apples Magic Trackpad, Magic Keyboard und Magic Maus, die es jetzt in dieser neuen schwarz-silbernen Variante gibt. Aber in diesem Video möchte ich euch keinesfalls nur das neue schwarz zeigen, ich möchte auch gleich die Gelegenheit nutzen und ein ausführliches Review über Apples aktuelles Mac-Zubehör machen. Ich werde euch also zeigen, wie gut Apples Tastatur, Trackpad und Maus in meinen Augen ist, wo hier die Stärken liegen und welche Kritikpunkte es leider immer noch gibt. So richtig neu ist dieses Zubehör eigentlich nicht. Es ist so, wie wir es bereits kennen, nur eben mit dieser neuen schwarz-silbernen Variante. Also kurz gesagt, statt dem klassischen Weiß haben wir jetzt hier schwarz. Wobei ich das Gefühl habe, hier auch einen Unterschied beim Silber zu erkennen. Hier zum Beispiel beim weißen Trackpad habe ich das Gefühl, dass das Silber eine Spur heller ist als bei dieser neuen schwarzen Variante. Für mein Empfinden sehr dezent, aber ich glaube da einen kleinen Unterschied zu erkennen. So richtig neu ist aber eigentlich auch diese schwarze Variante nicht, denn dieses schwarze Zubehör ist ja eigentlich beim Mac Pro beigelegt. Nur hat sich Apple passend zum neuen Mac Studio und Studio Display dazu entschieden, diese schwarze Option jetzt auch separat anzubieten. Ich möchte also auf diese Geräte jetzt der Reihe nach genauer eingehen und anfangen möchte ich hier gleich mit dem Magic Keyboard mit Touch ID. Werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf den Verpackungsinhalt. Hier ist auch noch so ein Lightning auf USB-C Kabel beigelegt, welches erstens passend in schwarz ist und zweitens aus so einem geflochtenen Material besteht, wodurch es in meinen Augen hochwertiger und robuster wirkt als die klassische Variante aus Gummi. Die Tastatur kommt mir eigentlich vertraut vor, wie bei einem normalen silbernen MacBook, eben mit diesen schwarzen Tasten. Der Unterboden ist dann passend dazu schwarz und wie man ja schon längst erkennen konnte, ist das diese breite, große Variante des Magic Keyboards mit dem Ziffernblock auf der Seite. Und diese große Version gibt es sowohl in schwarz als auch im klassischen Weiß. Bei der kleineren Version der Tastatur gibt es aber diese neue schwarze Option nicht, sondern nur eben dieses klassische Weiß. Dieses dünne, keilförmige und vor allem auch schlichte Design hat mir persönlich hier eigentlich schon immer gefallen. Die Tastatur ist die, die wir auch von den aktuellen MacBooks kennen, dort heißt sie ja auch immerhin Magic Keyboard. Also mit anderen Worten, wir haben hier Apples aktuellste Version der Tasten mit Scherenmechanismus. Wie sieht es auf der Rückseite aus? Da haben wir zum einen mal diesen Antennenstreifen, der in diesem Fall auch in schwarz statt in weiß gehalten ist. Dann haben wir keinen USB-C, sondern einen Lightning-Anschluss und auch ganz klassisch diesen Ein- und Ausschalter. Hervorheben muss ich hier definitiv auch die sehr gute Verarbeitungsqualität, alles wirkt also wirklich hochwertig und gut verarbeitet. Und durch die Tatsache, dass hier Aluminium statt Plastik eingesetzt wird, wirkt die Tastatur alleine deswegen schon hochwertiger. Touch ID haben wir hier auch verbaut, aber Achtung, es lässt sich nur in Verbindung mit einem Mac nutzen, der auch einen Chip von Apple verbaut hat. Hier sehen wir uns das jetzt mal im Vergleich zu den anderen Varianten des Magic Keyboards an. Zum einen im Vergleich zur Version in Space Gray, die es aber leider schon länger nicht mehr zu kaufen gibt, wo sich aber anmerken lässt, dass Apple seit ungefähr einem Jahr seitdem es die Tastaturen mit Touch ID gibt, die Kanten der Tastatur etwas mehr abgerundet hat. Aber wie schon gesagt, diese weiße, mehr oder weniger klassische Variante, die gibt es nach wie vor sowohl in der kleinen als auch in der großen Version zu kaufen. Nachdem sich an der Tastatur selber auch nichts verändert hat, kann ich hier auch mal sagen, dass ich diese Tastatur nahezu täglich seit einigen Jahren auf meinem Schreibtisch nutze. Das Schreibgefühl habe ich dabei immer als angenehm empfunden. Man hat hier eher einen weichen und auch vom Geräusch her angenehmen Tastenanschlag, die Tasten gehen schön gleichmäßig runter und man bekommt hier auch ein gutes Feedback. Aber eine Tastatur ist natürlich auch immer Geschmackssache, es muss einem auch gefallen, dann auf so einer Tastatur zu schreiben. Ansonsten gibt es hier auch viele andere gute und vor allem auch weniger teure Alternativen. Touch ID läuft hier übrigens super schnell, gefühlt so schnell wie das in den MacBooks integrierte Touch ID. Ich kann den MacBook direkt aufwecken und entsperren oder bei einem bereits aufgeweckten Mac reichte wirklich nur eine kurze Berührung aus und schon ist der Mac entsperrt. Auch die Akkulaufzeit empfand ich hier immer als angenehm. Ich persönlich musste die Tastatur immer so alle ein bis zwei Monate aufladen, wobei das natürlich auch ganz stark von der Nutzung abhängt. Aber laut Erfahrungsberichten ist ein Monat mindestens drin. Und muss die Tastatur mal aufgeladen werden, stört mich das sowieso nicht weiter, wenn das Kabel da hinten steckt. Zwei große Kritikpunkte gibt es aber hier für mich. Zum einen, und da bin ich inzwischen einfach wirklich schon enttäuscht, wir haben ja immer noch keine Tastaturbeleuchtung. Vor allem wenn ich sehe, dass es diverse, deutlich günstigere Tastaturen gibt, die so etwas haben. Schade, dass Apple nicht mal jetzt die Gelegenheit genutzt hat und hier so eine Beleuchtung eingebaut hat. Wenigstens wird die Tastatur vom Monitor davor beleuchtet, aber eine Tastaturbeleuchtung selber ersetzt das für mich trotzdem nicht. Ja und der zweite Kritikpunkt, wer hätte es gedacht, es ist Apple-Zubehör, es ist der Preis. Nicht nur, dass die Version mit schwarzen Tasten 20 Euro mehr als die weiße Version kostet, diese Tastatur kostet dann ganze 205 Euro. Also da sollte man sich natürlich genau überlegen, ob es das einem wert ist. Immerhin gibt es ja auch einige andere, gute und vor allem auch günstigere Alternativen. Bei Apple-Zubehör sind wir es ja leider nicht anders gewohnt, dass wir einfach für die Tatsache, dass das Zubehör von Apple ist, nochmal ordentlich was drauflegen müssen. Gut, dann kommen wir als nächstes zum Magic Trackpad. Auch hier werfen wir einen kurzen Blick auf den Verpackungsinhalt, auch hier ist dieses Kabel beigelegt. Genauso wie bei der Tastatur vorhin. Und ich muss schon sagen, von meinem ersten Eindruck her, das hat was, das Trackpad mal mit so einer schwarzen Oberfläche hier zu haben. Rundherum haben wir dann das silberne Aluminium und der Unterboden ist wieder schwarz. Auch das Design des Magic Trackpads hat mir persönlich schon immer sehr gut gefallen. Es passt natürlich perfekt zum Magic Keyboard, hat ja im Endeffekt ein sehr ähnliches Design, nämlich eben diese keilförmige Form, es ist schön dünn und allgemein sehr schlicht. Auf der Rückseite sieht es im Grunde genauso wie bei der Tastatur aus, Antennenstreifen, Lightning-Anschluss und Ein- und Ausschalter. Auch das Magic Trackpad macht auf mich einen sehr gut verarbeiteten und hochwertigen Eindruck, einerseits mit dem Aluminium rundherum und andererseits mit dieser gesamten Oberfläche aus Glas. Auch hier sehen wir einen kurzen Vergleich zu den anderen Varianten dieses Trackpads und auch hier gibt es diese Variante in Space Grey schon länger nicht mehr zu kaufen. Aktuell erhältlich sind also nur diese klassische Version in weiß und eben diese neue Version in schwarz. Auch dieses Magic Trackpad nutze ich neben der Tastatur schon seit einigen Jahren im Alltag. Es bietet eine angenehm große Fläche, vor allem um dann eben auch sehr angenehm diese ganzen Multi-Touch-Gesten in macOS auszuführen. Es kann überall berührt und auch auf allen Seiten geklickt werden und unterstützt hier auch Force-Touch, also eine zweite Druckstufe bzw. einen festeren Druck. Besonderes Merkmal dieses Trackpads war ja für mich auch schon immer, dass das Klicken hier gar nicht mechanisch ist, sondern nur simuliert wird. Uns also nur das Gefühl eines Klickens vermittelt wird und es somit auch möglich ist, in macOS die gefühlte Intensität dieses Klickens stärker oder schwächer einzustellen. Und auch hier empfinde ich die Akkulaufzeit als angenehm gut, ähnlich wie bei der Tastatur und auch hier stört es ja nicht, wenn das Trackpad mal angeschlossen werden muss. Wieder kostet die schwarze Version 20 Euro mehr als die weiße Version und wieder haben wir einen allgemein sehr hohen Preis. Zum Magic Trackpad muss ich aber ehrlich sagen, für mich gibt es da einfach nichts Vergleichbares für den Mac, weswegen ich hier noch am ehesten bereit bin, diesen hohen Preis zu bezahlen. Und zum Schluss kommen wir dann noch zur Magic Mouse. Hier haben wir auch dieses Lightning USB-C Kabel beigelegt und hier muss ich auch sagen, dass dieses Schwarz bei der Magic Mouse auch einen guten Eindruck auf mich macht. Neben der schwarzen Oberfläche haben wir dann darunter das Aluminiumgehäuse und gerade die Magic Mouse hat in meinen Augen ein besonders minimalistisches Design und hier gilt für mich das Gleiche. Es ist sehr gut verarbeitet und macht auch einen hochwertigen Eindruck auf mich. Die Maus lässt sich zwar klicken, besitzt aber auch zusätzlich eine Touch-Oberfläche. Und an der Unterseite haben wir dann den Ein- und Ausschalter und den Lightning-Anschluss. Die Magic Mouse habe ich zwar bis heute schon einige Male benutzt, aber insgesamt wesentlich seltener als das Magic Trackpad. Aber es gibt auch paar Dinge, die mir bei der Maus gut gefallen. Zum einen eben auch hier diese Touch-Oberfläche, wie bereits erwähnt, wo sich dann diverse Touch-Gesten ausführen lassen. Die Ergonomie der Maus, also wie sie in der Hand liegt, ist, finde ich hier eher eigen. Ich finde es nicht schlecht, aber nicht unbedingt für alle Dinge, die ich auf dem Mac mache, angenehm. Für manche Dinge würde ich dann doch lieber eine klassische Maus mit Tasten und einem echten Scrollrad bevorzugen. Über die Akkulaufzeit kann ich hier nicht viel sagen, da ich die Maus nie wirklich so richtig am Stück benutzt und sie danach auch immer ausgeschaltet habe. Aber was es hier immer noch gibt, ist dieser Design-Fail, wie es von vielen gerne genannt wird. Ich kann die Maus nicht benutzen, wenn der Akku leer ist und sie dann eben angeschlossen werden muss. Zwar besitzt die Maus eine Schnellladefunktion, es dauert also nicht lange und ich kann sie dann wieder für einige Stunden benutzen, aber verständlicherweise gefällt einigen diese Lösung trotzdem nicht. Bei der Maus kostet die schwarze Version sogar nochmal 24 Euro mehr als die weiße Version. Gerade bei diesem Preis muss die Maus für einen auch wirklich passen und gerade hier sage ich, wie bei der Tastatur dazu, es gibt auch einige andere gute und vor allem auch günstigere Alternativen. Also zusammengefasst und ihr habt es ja auch schon herausgehört, nutze ich neben dem Magic Keyboard am liebsten das Magic Trackpad. Dieses kann für mich einfach durch kein anderes Produkt ersetzt werden, für mich ist es hier also gar nicht wegzudenken, was ich von der Tastatur und der Maus nicht unbedingt behaupten kann, weil es da eben natürlich, wie bereits gesagt, auch diverse andere gute, vor allem aber auch günstigere Alternativen gibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein sehr schönes, schlichtes und in meinen Augen auch besonderes Design, dadurch, dass es so dünn ist, insgesamt auch hochwertig verarbeitet ist und optisch zu einem Mac Setup natürlich besonders gut passt. Am Ende frage ich dann natürlich auch mal euch, sofern ihr ein Magic Keyboard, Magic Trackpad oder eine Magic Maus von Apple nutzt, wie sieht da eure Erfahrung aus und wie zufrieden seid ihr damit? Schreibt es gerne in die Kommentare. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen, ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.